Okay. Oh, wie sieht das aktuell mein Geld eigentlich aus? 33.000. Das ist eigentlich ganz gut. Zumindest für einen Einkauf. Spätestens wenn ich einmal eingekauft habe, bin ich sowieso wieder pleite. Das wäre es jetzt schon. Der Hülle in dieser Mountain ist wie der Hülle in meinem Herzen. Wie meine Kopfschmerzen. Das ist alles, das Kind. Das ist alles, das Kind. Nein, es sind nur die Erinnerungen der Krieg. Ich würde es empfehlen, wenn wir hier nicht zu viel Zeit haben. Stopp, dass du so ein Schwierig bist. Oh, das tut, Rita. Die einzige Möglichkeit, um zu über eine schlechte Erinnerung zu haben, ist es zu erinnern. Es ist, dass du von Erfahrung bist. Nicht wirklich, ich habe nur die Erinnerung. Insofern, du willst in die Höhe, oder? Dann gehen wir. Unsere kleine Geistige ist mehr mature, als sie sieht. Wir haben jetzt eine Fläche zu öffnen. Los geht's! Los geht's! Ich muss auf jeden Fall dafür sorgen, dass die verdammte Gegner nicht auf Estelle die ganze Zeit gehen. Ich muss auf jeden Fall dafür sorgen, dass die verdammte Gegner verdammt nochmal nicht auf Estelle die ganze Zeit gehen. Oh, hör auf, Estelle zu verprügeln! Alter, ich komme nicht hinterher! Wie viel hast du denn noch? 12.000. Den Anderen, der drittens! Der drktionigt vor dir. Diese End ist ja wirklich total darkness-klarer! Das ist nicht unsersinn! Der drittens! So, fahме Sechenschwetter, defund es weiter. Das hier sind! Weischt deine Sch arrows? Hast du schon verrückt. Weiter97. Okay, die ist auch gleich tot 25.000, naja Das schaffen wir schon noch Wenn das nur noch ein einzelner Gegner ist, kann das nicht kaum noch werden All dasаюConf Oder mit kurzen Lägen? Kenne ich nicht, wie das le Stupid Trick Der Kampf tritt mir so absolute Probleme Oh nein ... Sie haben really Touristen gespawnt Wirklich? In der Höhle sind sie nicht respawned beim Bildschirmübergang, aber hier müssen sie natürlich respawnen. Oh Gott, bringt es mir überhaupt nichts, die beiden zu besiegen. Das geht mir sowas von auf den Sack. Naja, wir müssen die ganze Zeit irgendwie die Tour vermasseln mit irgendwelchem anderen bescheuerten Zeug, das vorher nicht der Fall war. Das heißt, es hat auch nichts gebracht, dass ich jetzt unten den Druiden besiegt habe. Fuck you. Lass uns die eliminieren! Und er steht voll im Weg! Ich könnte kotzen! Dieses Spiel hat so viele bescheuerte Entscheidungen. Das Spiel ist eine bescheuerte Entscheidung. Das Spiel ist eine bescheuerte Entscheidung. Ja, natürlich bist du respawned, ist von mir klar. Ich versuche hier was gefeuert. Ich verfehlte Oh, meine Fresse, warum? Oh, wieso kann die denn so casten ohne Ende? Okay, wir müssen abhauen. Informatorbogen, okay. Gut, ich bin... Ich hab die Kiste gekriegt, auch wenn es wieder mal eine Katastrophe warf. Informschöner, vielseitiger Bogen. Eins wurde ja in der Armee verwendet. Warum hat er denn da nicht mehr? Er hat ja schließlich in dem Krieg gekämpft, weil er wohl nicht so einen scheiß Bogen gehabt hat, wie jetzt, oder was? Es ist völlig egal, wie oft ich ihn abschieße. Und selbst wenn ich mal treffe, dann ist auch noch die Chance, dass er einfach sagt, nö. Also, ich bin jetzt übrigens... ...gemein. Danke. Wenn ich jetzt gestorben wäre, das hätte mir nicht gekostet. Okay, eine Kiste mehr. Gut, erkunden wir die nächsten Pfad. Das ist eine Sackgasse. Gut, erkunden wir die nächsten Pfad. Ah, hier gibt's was. Das ist eine Mimik. Ich glaube, ich könnte es versuchen. Level 58 und 92.500. Was? Das ist ja wie ein Bossk... Oh Gott. Das ist ja wie ein Bossk... Oh Gott. Oh, will you have been to our main? Hier, oh, play! Nurse! Oh, blade of... Hey, help me out when I'm casting! Oh, blade of... Oh, blade of... Just grant us your favor. Nurse! Destruct your face shot! Have to fall over! Spread thy otherings in air and turn it to the enemy's end to you. Back to me! So great! Here we go! Here we go! Here I go! Oh, blade like darkness! Spread zero! You've learned a bit! Spread thy alluring snare and turn it to my enemies' end to me. Oh, brilliant angels! Here I go! Nice game smash! A blade of noble life, overpower even if it's destructive! Darn evil! I am so gonna make you hurt! Ready? Crack the game! Ready? Select! Holy cow! That's me! Okay! First aid! Here I go! I will do it until the start of the game is... Crack the game! Nurse! The flickering blade is gone! Fireball! Tracks like hot! A flickering blade? Burn! Fireball! Fireball! Come, oh silver light! Angel ring! A flickering blade burn! Fireball! Come, oh silver light! Burn the angel ring! A flickering blade! This victory is ours! Okay. Okay, wie viel Geld wird das noch? 10.000, 11.000, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Uh, okay. Ich habe ja ca. 33.000 gerade gehabt, also wenn das so weitergeht, ist es gleich verdoppelt. 30.000, okay. Okay, nice. Vampirbiss und Geosteinen. Und Limittrunk. Wir werden sie in keinem Zeitraum destoieren. Nö. Wir werden sie ja gar nicht verhauen. Den Sieg möchte ich mir jetzt nicht klauen lassen. Wir werden hier überraschen. Aber ich werde siem erinnert. Ich werde sie vermissen. Ich werde sie nicht mehr verpassen. Aber ich werde sie nicht mehr verstanden. ... auf welchem der große Krieg war. Ja, das haben wir von dem alten Mann hier gehört. Der große Krieg wurde von einer Art Plastia entzündet. Was? Das war kein Plastia, das ausgegraben wurde. Es wurde in der Stadt von Temsa mit einer neuen Technologie konstruiert. Das Hermes-Blastia. Hermes-Blastia? Ich habe es nie gehört. Wollt ihr sagen, es wurde neu gebaut. Ich dachte, man könnte kein neues Blastia machen. Ich dachte, man könnte kein neues Blastia machen. Die Hermes-Modelle waren noch effektiver bei der Umwandlung von Air in Energie. Sie wollten die Plastia-Technologie revolutionieren. Aber es ging etwas schief. Die Plastia, die diese Hermes-Formeln verwendeten, brauchten Unmengen an Air. Die Air-Kräne begann zu produzieren, Abnormen an Air zu kompensieren. Im Gegenzug begannen die Air-Kräne und Mengen an Air zu produzieren. Das wäre nicht nur das Ende der Menschheit, sondern das Ende aller Lebens auf diesem Planeten. So wie wir es bei Cave Mock und dem Sturm von Kados gesehen haben. Ich würde nicht gerne sehen, dass das überall passieren würde. Die Entelekseien haben die Gefahren des Hermes-Blastia bevor die Menschen. Und sie wollten es zerstören. Das erschöpft einen Konflikt, der schloss, bis es zum großen Krieg auswuchs. Die Entelekseien haben dann gegen die Menschen gekämpft, um den Planeten zu retten. Aber warum haben sie den Menschen nicht gesagt, wie gefährlich die Plastia waren? Keine der beiden Seiten hat sich dafür interessiert, ob die andere sich selbst ruiniert. Es gab keine Liebe zwischen Menschen und Entelekseien. Sie haben wahrscheinlich nicht viel gesprochen. Sie haben sich noch nie ausstehen können und auch nicht viel miteinander geredet. Es mag aber auch noch andere Gründe geben. Aber was hat irgendetwas davon mit dir zu tun, Judy? Temsa fiel in den Flammen des Krieges und die Technologie des Hermes-Blastia galt als verloren. Warte! 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 Ja, bei Ragoos Wohnsitz, Emmet Hill, Gasparost, nicht der Mansion. Das neue Ceres-Blastia muss ein Hermes-Blastia gewesen sein. Dann hast du also an der Stelle der Blastia die Blastia zerstört? Das hättest du erwähnen können. Warum hast du nichts gesagt? Wolltest du die ganze Welt ganz allein retten? Bist du verrückt? Was war das? Baul! Nan! Sieht aus, als wären wir am Ziel. Du kommst hier nicht vorbei. Du bist ein Mensch, oder? Wie kannst du ein Monster retten? Oder wie kannst du ein Monster verteidigen? Habt ihr es nicht verstanden? Ich sagte, niemand berührt einen der unseren. Das erlauben wir nicht. Nicht einmal dir, Nan. Wir haben uns gerade unterhalten. Haltet euch da raus. Ich kann nicht glauben, dass diese Leute... Suche Schallwäge. Ich mag nicht, dass meine Klappen verhört, aber... Jeder! Haben die Blastia die Blastia die Menschen zu ihrer Liste der Ziele? Niemand, der sich mit Monster anzieht, kann sich selbst eine Person nennen. Carol! Hast du das Credo der Erdklinge vergessen? Geht zur Seite! Die Monster sind böse. Und die Erdklinge jagen das Böse. Aber die Angelikaia sind nicht böse. Sie kämpften, um die Welt zu retten. Aber die Intellixeier sind nicht böse. Sie haben gekämpft, um die Welt zu retten. Lass dich nicht von diesem Credo-Blödschen her reinlegen. Die sind nur wegen des Apatheos hier. Hm. Es scheint, dass ihr nicht auf die Grund hören könnt. Wenn ihr keine Intention habt, um zu bewegen... Dann lasst uns keine Wahl. Judith hat sich der Gruppe angeschlossen. Judith ist nicht in der Gruppe. Bitte bilde eine Gruppe mit Judith als Mitglied. Ich würde ganz gerne gucken... Was waren noch mal die anderen? Drakonische Lenzenreiter... Lustiger Halbelf... Schulschwester... Ich nehme jetzt das hier. Fällt mir besser. Fällt mir besser. Auf geh, dass... Nathan... Fällt mir besser. Fällt mir besser. Hunter... Das ist die Stauber. Man muss mich besser. Und ein solches Risiko. Ich bin zu einigen. Es wird wahrscheinlich nicht selbst dienen. Er wird sich nicht weg. Der Helium. Nur sie müssen zu retten. Der Helium. Auch wenn es mir mein Leben kostet, ist ein Freund von uns! Hütten Monster ist durch die Todesnachrichtung! Wir Hüttenpläden werden nicht zurückgekommen! Keine Angst, ich werde dich nicht töten. Es wird nur ein bisschen verhört. Keine Angst, was passiert ist! Okay, ich habe ja schon mal irgendwas... Jetzt habt ihr es doch tatsächlich geschafft. Okay, irgendwas habe ich ausgelöst, aber... Ich werde übrigens diesen Kampf nicht gewinnen. Schon allein deswegen, weil... Ich einfach nicht die Chance habe... ...meine Items zu benutzen. Also keine... Wobei ich einmal sterbe, bin ich am Arsch. Ich werde die Chance haben. Ich werde die Chance haben. Ich werde meinen Wagen. Es wird die Chance haben. Ich werde das so schnell wirken. Ich werde mich nicht mehr als das so schnell Wohin! 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 Wir kümmern hier alles ab! Wohin! 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 Und sie wurden nie wieder gehört. Wohin! 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 Mal gucken wie spät wir denn? Okay. An der Stelle werde ich ja mich mal wieder für den Boss vorbereiten. Das heißt ich kaufe mir meine Items. Renne in den Berg hoch, ohne dass ich die Items verschwende. Ähm eventuell kaufe ich mir noch bessere Waffen, falls ich irgendwo welche kriege. Demzufolge mache ich jetzt hier einen Cut. und ja, beim nächsten Mal bin ich dann hoffentlich für den Bosskampf bereit. Bis dahin und ciao.